Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Technik-Faultier-Video mit dem brandneuen Samsung Galaxy S7 Edge. Diesmal richten wir das Gerät ein, die SIM-Karte liegt schon parat. Wir schalten es ein, durchlaufen den Einrichtungsprozess und gucken dann einmal rum, wie viel von unseren 32 GB Speicher stehen uns noch zur freien Verfügung, welche Apps sind vorinstalliert, was macht das Gerät für den ersten Eindruck, wie gut ist das Display, wie gut sind die Kameras und und und. Und ja, ich filme dieses Video gerade mit dem Samsung Galaxy S7 normal, um das jetzt auch nochmal testen zu können. Also Nummer 1, wir stecken unsere SIM-Karte rein. Eine Nano-SIM-Karte kommt in das Gerät. Und nein, bei uns hier gibt es keine Dual-SIM-Variante. Wir haben nur die Möglichkeit, eine SIM-Karte reinzustecken. Aber ein anderes Feature meldet sich zurück und zwar, wir haben hier oben einen Platz für eine Micro-SD-Karte, wenn wir unseren Speicherplatz erweitern wollen. Aber ich sage mal, für die meisten sollten die 32 GB interner Speicher ausreichen. Aber man freut sich natürlich immer über so eine Möglichkeit. So, unten rechts ist die Ecke für unsere SIM-Karte. Also unten rechts, unten rechts die Ecke. So rumchippt nach unten und jetzt nicht einmal komplett durchfallen lassen, sondern schön oben in dem Gestell drin lassen. So, dann packen wir es wieder rein und fertig. So, auf der rechten Seite ist unser An- und Ausschalter. Drücken, drücken, drücken und das Gerät vibriert leider nicht. Und jetzt steht es hier fett. Samsung Galaxy S7 Edge. Powered bei Android natürlich und auch hier, wie schon beim S7, das ich heute genutzt habe. Also, da kann ich schon mal was zum S7 sagen. Das hat mir heute im Einsatz, oder ich habe es nicht hundertprozentig im Einsatz gehabt, aber doch viel mit rumgespielt. Und das S7 machte schon mal einen netten Eindruck. Jetzt, wo ich das S7 Edge in der Hand habe, muss ich aber auch sagen, also dieses gebogene Glas auf der Vorderseite ist auch was Nettes. So, jetzt sind wir im Einrichtungsscreen und wählen zuerst die Sprache aus. Deutsch, Deutschland passt. Nächster Schritt. Und wir sehen oben rechts schon, wir haben sogar schon eine Verbindung. 45% Akku und das, ja, da sieht man mal meine Nachbarn, die haben ja auch Humor. Ich verbinde mich jetzt auf jeden Fall mit meinem WLAN. Könnte ich zwar überspringen, aber ich bin zu Hause, also logge ich mich mal ins WLAN ein. Wir sind mit dem Faultierland WLAN verbunden und gehen auf Weiter und im nächsten Schritt zulassen, dass Google regelmäßig die Geräteaktivität auf Sicherheitsprobleme untersucht. Kann man ablehnen, kann man akzeptieren? Ich sage jetzt einfach mal, jo, macht mal. Dann die Frage nach den Geschäftsbedingungen. Hier kann ich einfach weitermachen oder wenn ich nicht möchte, dass Diagnosedaten gesendet werden, kann ich das hier deaktivieren. Und Geschäftsbedingungen nochmal zustimmen. Ja, müsst ihr machen, ansonsten könnt ihr das Gerät nämlich nicht benutzen. So, Verbindung gehört überprüft. Das kann eine Weile dauern. Da bin ich doch jetzt mal gespannt, wie lange denn. Huiuiui, das waren jetzt doch schon fast zwei Minuten, wo dann auch direkt nach Updates gesucht wurden. Da wurden keine gefunden. Jetzt die Frage, anderes Gerät vorhanden. Möchte ich irgendwas kopieren? Nein, möchte ich nicht. Ich will denn das hier komplett als neues Gerät einrichten. Also später dann auch keine Backups wiederherstellen, Apps, Einstellungen oder sowas. Nein, werde ich in diesem Video alles nicht machen. Im nächsten Schritt ist dann die Frage nach dem Google-Konto. Da einmal die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben. Und was mir jetzt gerade auffällt, die Kamera vom S7 fängt hier kein Flackern ein. Also das, was wir beim Einrichtungsvideo vom S7 hatten, was ich mit dem S7 Edge gefilmt habe. Hier bewegt sich jetzt gar nichts. Das finde ich gerade sehr interessant. Ist ja auch mal nett zu sehen. Egal, in der nächsten Frage. Nein, ich wollte mir jetzt Googles Datenschutzbestimmungen nicht angucken lassen, sondern die Frage nach den Google-Diensten. Das kann man sich hier da durchlesen, ob er das möchte oder nicht. Kann man problemlos die Häkchen rausnehmen oder und auch später noch setzen. Also da legt man sich nicht auf immer und ewig fest. Ich lasse jetzt einfach mal drin und gehe auf Weiter, um dann im nächsten Schritt gefragt zu werden, ob ich eine weitere E-Mail-Adresse hinzufügen möchte. Also hier Outlook, MX, Yahoo und was nicht alles. Also alles, was IMAP und POP hat, brauche ich nicht, möchte ich nicht. Kann man später immer noch hinzufügen. Dann einfach unter Einstellungen, Konten oder im E-Mail-Programm eurer Wahl hinterlegen. Dann schützen Sie Ihr Telefon. Ja, jetzt kommen wir zum Fingerabdruck. Denn auch hier haben wir wieder im Homebutton Fingerabdruckscanner verbaut. Den möchte ich natürlich benutzen. Und wenn mein Finger nass ist, unbrauchbar ist, jemand anderes soll das Gerät für mich entsperren, dann muss ich, naja, es muss noch eine zweite Möglichkeit geben, neben eurem Fingerabdruck, um das Gerät zu entsperren. Da habt ihr die Wahl zwischen Muster, also hier ein PIN oder ein Passwort. Ich entscheide mich an der Stelle jetzt einfach mal für einen PIN und wähle wieder meinen supergenialen Code. Fast so sicher wie bei Spaceballs. So, kriege keinen Hinweis, dass das vielleicht ein bisschen unsicher sein könnte. Und jetzt richten wir den Fingerabdruckscanner ein. Ihr seht den hier unten. Das funktioniert wie bei den anderen auch. Oh, guckt mal, jetzt kriegen wir so ein paar Wellen hier drin. Also bei Weiß, ach guckt mal, die Kamera fängt das aber nur von der Seite an. Aha, diese Wellen, die die Kamera jetzt gerade einfängt, das ist, fängt nur die Kamera ein. Das sieht euer, wenn man das Gerät selber vor dem Gerät setzt, gibt es da keine Wellen. Also da jetzt keine Angst haben. Also, wir sind beim Fingerabdruck. Unten im Homebutton ist der eingerichtet. So, und jetzt lege ich den einfach drauf und dann vibriert das Gerät. Und dann so erhebe ich ihn wieder hoch und dann lege ich ihn wieder drauf. Den Homebutton dann nicht drücken, sondern einfach wieder rauf, runter, rauf, runter. Ich bewege meinen Daumen da. Ihr seht, das ist immer so ein bisschen, dass der unterschiedlichste Punkte und auch vor allem unterschiedlichste Winkel von meinem Daumen mal kennenlernt. Und damit ich dann später das, naja, damit der Fingerabdruckscanner dann auch von verschiedensten Positionen meinen Daumen richtig erkennen kann. So, und so. So, und damit sind wir auch schon durch. So, dann ist die Frage nach den Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm. Also, wenn da was aufpoppt, eine SMS, eine E-Mail, wie viel davon dann, ob was angezeigt werden soll. Ich sage einfach, ja klar, zeig an. Und jetzt kommt die Frage nach, schützen Sie? Nein, gar nicht. Haben wir ja jetzt eingerichtet. Also, Telefon ist geschützt. Und auch hier die Frage wieder, ob ich diesmal aus der Cloud von einem früheren Android-Backup irgendwas herstellen möchte. Sage ich jetzt hier, nein, möchte ich nicht. Ich sage einfach auch hier wieder, als neues Gerät einrichten. So, weiter. Und jetzt müssten eigentlich noch zwei Samsung-Fragen kommen. Genau, A, die Frage nach dem Samsung-Konto. Ein bisschen, naja, viele denken sich an dieser Stelle jetzt, ich muss hier, oder ich habe ein Samsung-Konto. Nö, ich muss eins erstellen. Und die wenigsten scrollen da nur wahrscheinlich runter und sagen, naja, überspringen, ich brauche kein Samsung-Konto. Samsung erklärt euch kurz, wofür ihr es braucht. Es gibt ein paar Gründe dafür. Es gibt viele Gründe, wofür man es nicht braucht. Ich bin kein Fan von den Samsung-Extra-Konten. So, jetzt, wir erinnern uns an diesen USB-OTG, also an diesen Micro-USB-auf-richtigen-USB-Anschluss-Adapter, der in der Box drin war. Der ist jetzt dazu, um per Kabel Daten von einem alten Gerät auf das neue S7 Edge rüberzuschieben. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich das Gerät hier als neue Gerät einrichten will. Also, sage ich später. Jetzt die Frage nach dem einfachen Modus, ob man das möchte, sage ich, nö, ich will schon das Normale. Und Minox, die Sicherheitsnummer für private Daten, brauche ich persönlich auch nicht. Deswegen, nö, installiere ich jetzt nicht, sondern gehe unten auf Beenden. Und damit sind wir durch. So, der Home-Screen ist da. Und guckt mal hier. Das ist ja eine schöne Begrüßung beim Edge. Denn der Unterschied beim Edge ist ja nicht nur, dass wir das gebogene Display an den beiden Seiten haben, sondern, dass es hier auch ein Zusatzfeature gibt. Und zwar, wenn ich jetzt auf dieser Fläche rein swipe oder wische, gibt es jetzt hier verschiedenste Punkte. Na, jetzt kommt die Erinnerung noch. Kopieren, ja, kann man später machen. Also, wir wischen es nochmal rein. Und dann habe ich jetzt hier A, die App-Anzeige. B, die Aufgabenanzeige. C, die VIP-Anzeige. Und Seitenpaneele auch noch. Und das kann ich alles unten noch einrichten und bearbeiten. Aber das ist so mit eins der Zusatzfeatures vom S7 Edge. Unter anderem, die Dinger sind ja hardwaremäßig baugleich bis auf die zwei, drei Unterschiede. A, es ist nicht 5,1 Zoll, sondern 5,5 Zoll. Die Seitenränder, naja, das Display geht um die Seite. Und das zweite, beziehungsweise dritte, je nachdem wie man zählt, ist nochmal der größere Akku. Im kleinen, im normalen S7 haben wir 3000 mAh. Hier haben wir 3600 mAh. Jetzt kann man rechnen, das Display ist ja ein bisschen größer, braucht deswegen auch ein bisschen mehr Strom. Ja, aber das Display ist nicht um so viel größer, wie auch der Akku größer ist. Das bedeutet einfach unterm Strich, dass das S7 Edge nochmal eine ganze Ladung, eine ganze Laufzeitladung oder mehr Batterie-Power haben sollte. Einfach mehr Akku-Bums hat als sein kleiner Bruder. So, wir gucken jetzt aber mal ganz kurz in die Einstellung. Und zwar, nein, Portrait habe ich jetzt deaktiviert. Oben wollte ich doch drauf drücken. Wir gucken einmal ganz kurz, wie viel Speicher steht uns noch zur freien Verfügung. Da haben wir es. Und wir haben ja 32 GB. Davon sind 7,754 GB belegt und auch hier 24,26 GB halbfreier Speicherplatz. Ich glaube, beim S7 waren es nochmal 200 MB mehr. Interessant, wo ist denn da der Unterschied? Wir können aber sagen, Pi mal Daumen, ihr habt auf jeden Fall 24 GB zur freien Verfügung. Wenn ihr ein paar vorinstallierte Apps vielleicht noch runterschmeißt, dann kommt der wahrscheinlich auch auf 25 GB. Und die Apps sind, Samsung hat mal wieder ein paar eigene drauf. Aber auch die ganzen Google Apps sind mit dabei. Und wenn wir dann mal kurz ins... Ach nee, brauchte ich gar nicht ins Menü zu gehen, sondern wir haben ja auf der rechten Seite auch noch was. Wir haben Social Apps vorinstalliert. Instagram, WhatsApp, Facebook. Und man hat sich anscheinend eine ganze Ecke bei... Mit Microsoft zusammengetan. Und hier die ganzen Microsoft Apps reingepackt. Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype und OneDrive. Und Word musste nicht in den Microsoft Apps Ordner. Die durften neben... Wahrscheinlich, weil es so nett neben Facebook aussieht. So, und wenn wir dann unten ins Menü gehen oder hier so ein kleiner App Draw, dann kriegen wir noch ein paar andere Apps gezeigt. Samsung's eigene Apps. Einmal Diktiergerät. S Health, S Voice. Der Samsung Galaxy App Store. Der eigene Internetbrowser. Und Samsung Gear ist noch drauf. Mein Galaxy und ein Update-Button. Also es hält sich in Grenzen. Und auf der linken Seite mit der gewohnten Verzögerung hier leicht. Das lustige Nachrichtenportal. Und dann, weil ja doch viele Leute immer sagen, hier TouchWiz-Oberfläche. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, TouchWizard-Oberfläche genannt. Ich denke einfach, das TouchWiz, das Wiz ist einfach die Kurzform vom Wizard. So, aber mir ist heute auch mit dem S7, um das noch kurz nachzuschieben. Ja, also ganz ehrlich, S Voice, Samsung's User Interface und so. Es läuft nicht 100%ig rund. Es ist zwar immer noch, es ist in Summe das beste Ergebnis, was ich bisher auf einem Samsung Galaxy S-Gerät hatte mit der TouchWiz-Oberfläche. Aber gerade, wenn ich es mit Geräten mit reinem Android vergleiche, sagen wir jetzt ein Nexus 6P, dann ist hier einfach immer mal wieder ein Mikroruckler da oder eine minimale Verzögerung. Ich weiß, das ist jammern auf einem extrem hohen Niveau. Aber wir sind ja hier auch auf einem extrem hohen Niveau mit dem neuen Galaxy S7-Geräten. Das soll ja Top of the Pop die Crème de la Crème sein. So, und da ist trotzdem hier und da, es läuft nicht 100%ig rund. So, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Apps haben wir uns angeguckt. Gucken wir mal ganz kurz den Room-Button bzw. den... Ach ja, genau. Und hier haben wir noch das Feature in der Grundeinstellung für Always On. Da kloppen sich ja die Leute, wie viel Akku da pro Stunde verbraucht wird. Ich messe eifrig schon mit, um dann mal verlässliche Alltagsdaten zu kriegen. Und jetzt entsperren wir das Gerät mal mit dem Finger. Und zack. Ja, solide. Also, das war doch mal... Habe ich ja schon fast das Gefühl, das war jetzt schneller als... Nö, also es ist fix. Das ist so die Sache, jedes Mal, wenn ich es dann aus der Hosentasche rausziehe, Finger schon drauf habe. Also, so schnell kann ich das Gerät, glaube ich, gar nicht aus einer Hosentasche ziehen oder auch rumdrehen, wie das Display dann entsperrt. Und dann haben wir ja das Samsung-Feature. Zweimal Home-Button drücken und die Kamera startet mit dem Schnellstart. Da werde ich beim ersten Mal gefragt, ob ich das aktiviert lassen möchte. Sage ich natürlich ja. So, und jetzt gucken wir auch hier nochmal mit den Foto... Na, jedes Mal. Ich weiß nicht, wieso. Ich komme hier immer in die Zurück-Taste oben. Und auch hier gucken wir HDR ist auf Auto. Und wir schalten einfach mal HDR aus und machen klack, klack, klack und klack. Jetzt machen wir das Gleiche mit HDR eingeschaltet und auch hier. Na, nicht getroffen. Na, Verzögerung. Skandal. Guckt mal hier. Ah, jetzt kommt es. Aber da haben wir doch jetzt gerade die Verzögerung. Klack, 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 klack. Aber grundsätzlich beim Speichern genauso schnell wie mit, also ob ich HDR aktiviert habe oder nicht. Geotagging auch noch. Also ich sage jetzt einfach mal, da war jetzt gerade die Verzögerung irgendwie, weil im Hintergrund, nach dem ersten Start, da rüchtet sich noch bestimmt irgendetwas ein. Bildfaktor jetzt nur noch 12 Megapixel und dann mit 4 zu 3. Da freuen sich ja nicht alle drüber. Ich denke mir schon. Und wenn wir einmal auf die Videoauflösung gehen, können wir hiermit bis auf 4K hochschrauben. Und wenn ich mir das dann einmal filme, wenn ich dann auf die Aufnahmetaste drücke, dann nimmt es auch direkt auf. Und das ist so eine Sache, da weiß ich beim Edge noch nicht. Hier, die Kamera fängt das so ein bisschen ein, wenn man das da oben sieht. Und je nachdem, wie man aufs Edge-Display guckt, dann hat man natürlich hier diese Wölbung. Und dann je nachdem, wenn man da Text hat, der geht dann um die Ecke. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Wir checken noch. Wir checken noch. Ich habe heute wieder eine Sprache drauf. Ist aber schon ein bisschen spät, deswegen sorry. Wir testen natürlich noch kurz die 5 Megapixel Frontkamera. Ja, okay. Und da haben wir dann, ja, okay, okay, okay. Ich will jetzt mal keinen Pulsmesser haben, sondern, ich gucke mal kurz rum. Hallo. Ah, HDR ist noch aktiviert. Und da ist ja noch, hey, da war ja die Verzögerung. Damit aber keiner sagen kann, ich lese ja nicht Kommentare. Da war dann der Hinweis, wenn ich den, hier wäre der Beauty-Modus aktiviert. Denke ich mir auch, wo ist denn hier der Beauty-Modus? Apropos Videogröße. Videogröße Frontkamera nimmt nicht nur mit 5 Megapixel in Full HD auf, sondern auch in 2K, also Quad HD. Was ich natürlich sehr schön finde. Jetzt frage ich mich gerade, was sollte denn hier der Beauty-Modus sein? Das da? Nein. Nein, Beauty-Modus, ich bin etwas verwirrt. Wo habe ich den Beauty-Modus übersehen? Auf jeden Fall keine Effekte. HDR ist on, HDR ist off. Und auch hier wieder, da ist eine kleine Verzögerung. Ich bleibe dabei. Ich finde keinen, ihr könnt mir ja vielleicht dann etwas näher sagen, aber ich finde hier keinen Beauty-Modus. Das sind doch immer die Huawei-Geräte, die im Beauty-Modus... Ach, da oben. Sekunde, ich nehme alles zurück. Da. Formkorrektur. Ne, Moment. Formkorrektur off. Größe Augen. Gesichtsform. Hautton. Wie schalte ich das denn das alles an? Off. So. Ist das jetzt off? Ist das on? Ich bin etwas... Große Augen. Farbton. Nein, ich will meine Augen nicht größer machen. Gesichtsform. Was man hier nicht alles einstellen kann. Hautton. Naja, ich gehe jetzt einfach mal aus. Formkorrektur an. Formkorrektur off. Oder unten-Modus. Selfie. Gruppen-Selfie. Virtual... Was es nicht alles gibt. So, also, ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Modus jetzt off ist. Und trotzdem habe ich hier so eine... Ne, ihr seht es. HDR ist off und ich habe eine leichte Verzögerung. Und bei der HDR on habe ich auch eine leichte Verzögerung beim Bildspeichern. Naja, vielleicht finde ich das noch raus. Ansonsten wäre ich hier an dieser Stelle für den Beauty-Modus-Off-Tipp noch dankbar. Auf jeden Fall, die Kamera. Das, was die jetzt bisher an Fotos gemacht hat oder an Videos. Das ist schon wirklich, wirklich brauchbar. Wirklich nett. Okay, lasst euch nicht irritieren, wie ich da so ein bisschen dösbartelig gerade in die Kamera gucke. Aber auch gerade das 4K-Video, was dann hier abspielt. Das sieht echt knackig aus. So, damit sind wir auch mit den Kameras durch natürlich. Und der ersten... Das war jetzt der erste Eindruck. Aber ich bin da guter Dinge, dass das Ding auch vernünftige Videos macht. Ich finde es übrigens sehr interessant. Wie gesagt, das hier ist gerade mit dem S7 gefilmt. Die anderen Videos waren teilweise mit dem S7 oder komplett, aber nicht alle Videos, mit dem S7 Edge gefilmt. Wie dann gerade im Vergleich zu, ich sage einfach mal, Rosalinde. Die eine Hälfte sagt, die Kameraqualität ist besser als beim iPhone. Die andere sagen, das ist schlechter. Die eine Fraktion sagt, der Sound ist super. Die andere Fraktion sagt, der Sound ist mies. Finde ich an dieser Stelle mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich finde es toll. Ich finde es toll. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Erster Eindruck vom S7 Edge. Und ich muss sagen, auch vom Bedienung in der Hand gefällt mir ausgesprochen gut. Ich glaube, ich habe es einen Ticken lieber in der Hand als das normale S7. Dieses Jahr zumindest. Ich weiß nicht, warum. Aber dieses Jahr hat es mir es einfach angetan. Wo ich mir denke, klar, die Kiste kostet 100 Euro mehr. Dafür, für das, dass es besser in der Hand liegt, geschenkt. Dafür, dass es gebogenes Glas hat, sage ich auch ganz ehrlich, geschenkt. Wo es dann aber am Ende darauf ankommen wird, ob diese 100 Euro Aufpreis gerechtfertigt sind. Für mich persönlich wäre dann die große Frage, um wie viel länger hält der Akku, der deutlich größere Akku beim S7 Edge durch, als der kleinere 3000 mAh Akku im S7 Normal. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video.